Liebe Freunde, hier ist euer Steinweilen. Es geht weiter mit Viktoria II und unseren Preußen. Unseren konservativen Preußen, unseren königlichen Preußen. 1840 haben wir es. Und wir erinnern uns, ja, die liberalen Ideen, die werden immer mächtiger. Und ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, dass wir uns mal ein bisschen mit der Organisation unserer Armee beschäftigen. Die können wir, möglicherweise werden wir die noch gebrauchen. So, in der Zwischenzeit hat unser Generalstab hier alle möglichen Generäle ernannt und verteilt. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Das ist alles, was hier derzeit vorhanden ist. Ziemlich viele Leute, ja, weil wir hier automatisch erstellen haben, angeklickt. Wir werden mal zumindest den Haken bei Führer automatisch zuweisen und können jetzt erst mal durchschauen, welche überhaupt nicht in Frage kommen. Von denen. So, das ist okay. Ludwig von Schliefen, der hat auch noch das zweite Chor. Der ist Megalomane und verzagt. Der kommt hier gar nicht in Frage. Ist ja wirklich unglaublich. Ah, jetzt habe ich schon wieder hier diesen Bug. Wenn ich hier das... Ah, ja, okay. Das ist hier ein Anzeige-Bug. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt steht hier nicht, obwohl ich über Ludwig von Schliefen bin, steht hier Pascal von Zieten. Das ist eben eine ganz ätzende Angelegenheit. Dadurch kann man hier ein... Jetzt geht es wieder. Hm. Wir gucken uns das nochmal an. Der ist auf jeden Fall auch eine Flasche. Jetzt ist wieder der Bug. Ich gehe mal wieder rein. Muss man vielleicht immer reingehen. Aha, die werden nach unten geordnet. Aber er zeigt es dann noch nicht an. Jetzt habe ich zumindest den Bug verstanden. Dann kann man ihn auch umgehen. So, ich gucke jetzt erstmal an, wo wir noch Flaschen haben. Dann, Theodor von Schliefen ist auch eine Flasche. Minus 10% Moral. Den wollen wir nicht haben. So, das heißt, wir haben jetzt vier Leute schon mal komplett aussortiert. Und davon haben aber schon zwei ein Chor. Nämlich das erste und zweite Chor. Theodor von Schliefen in Berlin das erste Chor. Da gehen wir direkt mal hin und werden einen neuen Mann besetzen. Nämlich August Schree. Mannteufel. Hatten wir den nicht auch aussortiert? Ein Irrer? Ein Untauglicher? Na, auf jeden Fall August Schree wird hier der General, den wir da haben wollen. Das ist mit Mannteufel. Den haben wir doch aussortiert. Warum wurde er uns angezeigt? Wie auch immer. So, und das zweite Chor muss auf jeden Fall neu besetzt werden in Breslau. Ludwig von Schliefen darf da nicht mehr General sein. Und dann nehmen wir Manfred von Fritsch. Ich sehe gerade, dieses funktioniert irgendwie nicht. Dass man sie gleich aussortieren kann. Oder ich habe die falschen aussortiert. Weiß ich auch nicht. So, Manfred von Fritsch. Oh, das ist dieser blöde Bug. Weil wir haben hier zum Beispiel, der wurde uns, achso, der ist auch, Konrad von Vertin, wurde mir eben zum Beispiel, glaube ich, nicht angezeigt. Wenn ich mich nicht täusche. Insofern scheint das ein Bug zu sein. Wir werden mal die alle wieder reinnehmen und das einfach manuell auswählen. Zum Beispiel können wir mal gucken, ob wir, obwohl Herwart von Bittenfeld, der scheint mir ganz in Ordnung zu sein. Moral plus 24 Prozent ist auch hervorragend. Wir lassen das jetzt so. Das sind unsere Generäle. August Schree, Manfred von Fritsch, Stefan von Vertin, Manfred von Schwarzburg und Fritz Herwart von Bittenfeld. So, und ich habe mir überlegt, ich denke, wir sollten auch ein bisschen aufrüsten. Wir könnten weitere elf Regimente erstellen. Ich denke mal, wir warten nochmal ab, bis wir die Vorderleiter haben. Dann können wir eine Pioniere erstellen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht als zusätzliches Regiment. Wir werden trotzdem ein bisschen bauen. Und zwar finde ich, wir haben nur eine Brigade Artillerie dabei immer. Das gefällt mir nicht. Wir sollten zwei in jedem Chor haben. Deswegen bauen wir jetzt einfach mal so willkürlich hier fünf. So, das wird uns ein bisschen Geld kosten, aber Geld haben wir kein Problem. So, dann habe ich gesehen, in Holstein gibt es, da haben wir, bauen wir gerade keine Sphäre mehr aus. Aber ein bisschen Puffer sollten wir haben. Wir haben null, also Einfluss meine ich. Sie sind zwar in unserer Fähre, in unserer Fähre, ja, Holstein ist in unserer Fähre, aber ein bisschen wollen wir da Puffer haben, falls dort Maßnahmen mal nötig sein werden. So, und ansonsten werden wir weiter mal unsere Beziehung zu Österreich verbessern. Ein letztes Mal, dann sind wir wieder auf Maximum angekommen. Und weiter das mit Großbritannien fortsetzen. Sehr schön. So, und dann habe ich gesehen, wir haben hier in Schlesien, wir können, wir lassen mal nebenbei schon ein bisschen weiter laufen. Wir haben in Schlesien ja noch einen Schwerpunkt Eisenbahnbau. Aber irgendwie funktioniert das da nicht. Die achten da nicht auf meinen Schwerpunkt. Aber es wäre schon ganz gut, wenn das dort passieren würde, weil wir haben zwei Fabriken, die jetzt, ja, ganz gut laufen. Ganz gut laufen. Da haben wir Zuschüsse sogar eingestellt. Brauchen die vielleicht gar nicht. Mal sehen. Im Pritzwalk ist Eisenbahn fertig. Aber ich denke, wir müssen hier selber mal zur Tat schreiten und den Eisenbahnbau hier, ähm, ja, hier in Auftrag geben. Ich glaube, wir gehen sogar so weit. Naja, lassen wir uns erstmal bei den zwei Provinzen. Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Wir wollen es auch nicht übertreiben. So, aber dann habe ich noch eine andere Idee, was wir mit dem Schwerpunkt machen. Denn wir haben hier, zum Beispiel hier sehr schön im Rheinland, Preußisch Rheinland, Eisen und Kohle beisammen. Das ist hervorragend. Und ich denke, wir sollten deshalb hier einen Schwerpunkt ausrufen für Grundstoffindustrie. Das heißt entweder Stahl, Beton oder Maschinenteile. Maschinenteile wäre wichtig. Braucht man, äh, das machen wir dann weg hier in Schlesien. Braucht man immer zu. So, und eine Entdeckung ist geschehen. Wissenschaftler unseres Landes entdeckten den Silberstandard. Dies bedeutete, dass ein Währungssystem auf Silber basierte. Geld war von der Regierung einfacher herzustellen. Was gleichbedeutend damit war, dass es im Land kaum an Geld fehlte. Das Problem war jedoch, dass der Silberpreis dazu tendierte, vom Goldpreis dominiert zu werden. Darunter hatte der Außenhandel oft zu leiden. So, und unsere Steuereffizienz steigt weiter. Das ist schön. Das freut uns. Okay, soweit. Gut. Facharbeiter fördern in Brandenburg ist, glaube ich, immer noch okay. Da haben wir sehr, sehr viele Fabriken. Und das können wir gut gebrauchen. Was wir mal austesten können, wir können mal hier diese Fabrik wieder öffnen. Vielleicht arbeitet sie ja jetzt effizienter. Wobei das gleich auf Kosten der Handfeuerwürfen geht. Keine Ahnung warum. Oh ja, die arbeitet extrem effizient. Hm. Na gut. Vielleicht aber auch, weil sie, weil wir billiges Holz im Vorrat haben. Das ist immer so ein bisschen komplex zu verstehen. Warum das mal so und mal so ist. So, die Stimmung ist leicht liberaler geworden. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Und unser Plus ist ja schon wieder enorm. Aber wir gehen nicht weiter runter als 8%. Was ist nur los? Äh, was haben wir hier? Spanien zog den Militärzugang zurück. Äh, Eisenbahn ist gebaut worden. Achso, die Regimente sind fertig. Eisenbahn auch fertig. Sehr schön. Spanien gewährt Frankreich nicht mehr. Militärzugang. Und jetzt sieht man doch endlich mal schön, wie die Eisenbahnlinien schon ein Teil unseres Landes durchkreuzen. So, jetzt haben wir hier offenbar gemacht, dass die sich hier sammeln. Nee, die sammeln sich gar nicht. Sondern die sind wild verstreut. Das ist aber nicht so schlimm. Das Deutschlandlied. Im August 1841 schrieb Hoffmann von Fallensleben das Deutschlandlied auf Helgoland. Zusammen mit der Melodie Gott erhalte Franz den Kaiser des Österreichers Josef Haydn sollte es eines Tages, eines fernen Tages, zu deutschen Nationalhemden werden. Das sind Träumer. So sehe ich das auch. Okay. Gut. Wir schicken jetzt erstmal hier die Artillerie entsprechend dahin, wo wir sie hinhaben wollen. Die 3000 da oben. Achso, wir können auch mal weiterlaufen lassen. Die 3000 hier. Wo sind die anderen entstanden? Jetzt muss noch eine irgendwo sein. Und die muss nach Berlin geschickt werden. Hm. Aha, hier unten ist sie. Oh, und Sachsen wird aggressiver. Äh, Sachsen nicht. Österreich wird aggressiver. Denn sie haben unseren Botschafterverband aus Sachsen. Das ist natürlich nicht so nett. Das haben sie jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal gemacht. Hm. Die Situation wird etwas gespannter. Scheint mir so. So, fügen wir erstmal hier alles zusammen. Aber noch sind es vor allem innenpolitische Dinge, die uns bedrohen. Denn es scheint mir hier kein Krieg in Sicht, wenn ich das recht einschätze. Okay, soweit. Gibt es irgendwo Probleme hier? Nee, das ist alles im normalen Bereich. Ich denke nicht, dass sie uns irgendwie etwas streitig machen wird. Und die nächste Entdeckung ist eingetreten. Das dezimale Währungssystem. Durch die Abschaffung nicht genormter und unüblicher Währungsunterteilungen wie Gynäen, Schilling und so weiter. Und die Verwendung eines Dezimalsystems wie in den USA. Ein Dollar sind 100 Cent. Wurde der tägliche Gebrauch von Geld vereinfacht. Und die Steuereffizienz steigt weiter. Hervorragend. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, auf was für einen Plus wir uns eigentlich so... Boah, schaut euch das mal an. Durch diese Steuereffizienz. Auf was für einen Plus wir uns jetzt eigentlich so einpendeln sollten. Ich denke mal, plus 30 finde ich okay. Okay, das heißt, wir werden hier ein bisschen weiter wieder runtergehen bei der Unterschicht. Ja. Und bei der Mittelschicht auch auf 40%. Hier lassen wir es mal bei den 5%. Mal gucken, wo wir jetzt gelandet sind. Oh, erst bei 60, 70. Wir können noch weiter runtergehen. Na gut, dann tun wir was für die Unterschicht. Sie wird immer noch hoch genug besteuert. Oh, die nächste Technologie ist erforscht. Der Pionier ist möglich. Gefechtsbreite. Verringert sich. So. Eigentlich müsste es sich ja vergrößern, ne? Aber vielleicht meint das auch nur das. So, ich denke mal, wir haben ein Problemchen. Oder was heißt Problemchen? Denn wir sind hier bei den Großmächten an dritter Stelle und sind ziemlich gut am Start, was die Industrie betrifft. Natürlich hervorragend, was das Militär betrifft. Aber unser Prestige lässt zu wünschen übrig. Und ich glaube, ohne dass wir das etwa angewiesen hätten oder so. Aber unsere Universitäten, die gehen in diese Richtung und es werden so Gedanken nach realistischer Kunst geweckt. Ja. Das wird derzeit an unseren Universitäten diskutiert. Und in Klammern, das erforschen wir jetzt mal. So, okay, jetzt sind wir ein bisschen unter dem angepeilten Plus. Aber das können wir ertragen. Eisenbahnen werden gebaut in Köln, in Berlin, in Kleve, in Aachen, in Dortmund, in Posen und in Koblenz. Hervorragend. Und was ist hier los? Und Krakau-Einflusssphäre mit Russland. Bayern-Bündnis mit Sachsen. Krakau-Brecht-Bündnis mit Österreich. Krakau-Schließt-Bündnis mit Zarenreich. Und die Schweiz ist in der Einflusssphäre von Frankreich. Wir können uns direkt auch mal die Einflusssphären anschauen. Hier sehen wir das. Preußen. Aha. Und hier sieht man auch, was wie umkämpft ist, wobei das alles nicht so dramatisch ist. Ich glaube, wir sind nirgendwo richtig in Gefahr. Ich weiß gar nicht, wenn man aufs Meer klickt. Genau, dann sieht man, dass insgesamt nur Belgien und die Niederländer sind hier erstmal in keinem Einflussgebiet. Wir werden uns da auch nicht einmischen, weil das potenziell nur Ärger bringt. Das ist einfach nicht unsere Baustelle. So ist das eigentlich sehr, sehr gut. Und es ist dann irgendwann die Frage, wie das mit Österreich und dem Süden Deutschlands. Weiter geht. Eisen und Blut, das klingt gut. Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Otto von Bismarck. Der hatte damals, glaube ich, noch nicht so viel zu sagen. Wie auch immer, eine neue reiche Eisenerzader wurde in Erfurt entdeckt. Die Ader ist zwar reich in Erfurt. Lass uns kurz mal gucken, was in Erfurt sonst so los ist. In Erfurt. In Erfurt, in Erfurt. Hä? Ich sehe, wenn ich auf einen Blick, was wo produziert wird. Gucken wir uns das hier mal an. Ah, Eisen. Alles klar. Gut. Die Ader ist zwar reich, befindet sich aber auch in einer Tiefe, die gerade außerhalb der Reichweite unserer momentanen Bergbautechnologie steht. Wir könnten versuchen, das Erz abzubauen. Aber das wird uns Blut und Leben kosten. Tja, ich glaube, unser Menschenfreund würde das nicht machen. Friedrich Wilhelm IV., wenn er jetzt wirklich damit, mit dieser Frage konfrontiert wird, wird er nicht tief und gierig bohren. Nein, das ist nicht in seinem Sinne. Manche Dinge sollte man einfach vergessen. So sieht es aus. Ja, ihr lieben Erfurter, dankt mir doch einmal. Na ja, hier sehe ich es auch. Was hier produziert wird, ist sehr klein. Nicht immer eindeutig. So, die nächste Eisenbahn. Wow, die durchziehen hier richtig das Land. Sehr schön. Hier unten auch hervorragend. Bloß noch nicht in Westfalen und auch noch nicht im Rheinland. Wie sieht es aus eigentlich mit der Produktion? Gibt es schon Projekte im Rheinland, die wir anstoßen können? Nee, Glashütte in Pommern. Hatten wir da nicht schon mal was investiert? Ist das verlustig gegangen? Hm. Ah nee, die ist bald fertig gebaut. Na, helfen wir da nochmal ein bisschen. Wir haben es ja. Okay, und dieses... Ja, jetzt sieht man, diese Papiermühle arbeitet wirklich nicht besonders auskömmlich. Ja, sie können auch keine Arbeiter einstellen. Okay, El Salvador ist unabhängig von der USA. Alles klar. Aber auch weit von uns entfernt. Alles andere ist sehr profitabel. Ich freue mich schon auf die zweite Glashütte. Eigentlich sollte das doch bald der Fall sein. So, die Konservativen verlieren immer mehr an Rückhalt in der Bevölkerung, wie es aussieht. Betonfabrik am Niederrhein. Okay. Ich meine, Beton brauchen wir. Niederrhein. Die ist natürlich jetzt... Ach, da sind ja schon welche. Aber klar, das nennt man Industriecluster, ne? Wo was ist, kommt immer mehr hin. Oder wie man auch sagen kann, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, klar. Warum nicht im Niederrhein? Wir werden das unterstützen. Wir brauchen sowieso Beton. Wir geben mal wieder so die Hälfte. Und die Glashütte. Mensch. Ihr kommt da irgendwie... Komm, wir geben jetzt hier nochmal die Hälfte. Das muss doch wohl möglich sein. Also, die Eisenbahnen bauen sich von selbst. Da brauchen wir nicht groß helfend eingreifen. Aber hier ja. Wo ich sehe gerade, wir haben schon wieder viele, viele, viele Punkte zum Verteilen. Wahnsinn. Wir verbessern mal wieder die Beziehung. Auch mit Österreich sind wir... Hm. Das kommt während deren... Wegen deren Botschafteraktion. Egal. Wir verbessern weiter die Beziehung. Wir gucken mal überhaupt, was ist denn los. Mit wem haben wir... Wir könnten auch mal mit kleineren Ländern Beziehungen verbessern. Zum Beispiel mit Dänemark. Das finde ich gut. Die sind ja auch in unserer Sphäre. Genauso Hannover. Haben wir noch? Ja. Wir haben noch. Okay. Was haben wir hier? Eisenbahn. Eisenbahn. Entuchel. Und Schweizbündnis mit Frankreich. Das sind Kleinstaaten. Frankreich und Spanien. Die haben sich nicht mehr so lieb. Ach, nee. Das ist eine andere Tastenkombi. Okay. So sieht es jetzt aus. Das ist ein ziemlich großes Bündnis. Hier eine Südachse. Frankreich, Schweiz, Österreich. Italienische Staaten noch mit dabei. Aber das Russland-Preußische Bündnis ist auch stabil. Ich sehe gerade, ich habe schon sehr, sehr viele Zeitungen verpasst. Wir nehmen mal nur die letzte. Die andere gucken wir uns nicht weiter an. Äh. Die Österreicher. Die haben Angst, dass wir in Sachsen irgendwas tun. Aber noch haben wir da gar keine Ambitionen. Krieg zwischen USA und Mexiko. Na sowas. Ähm. Kriegszustand. Die Stimmung unter Osmanischen Offiziellen ist angesichts der Aktion von Österreich von Angst und Sorge geprägt. Viele befürchten einen möglichen Krieg zwischen beiden Ländern, der mit der grausamen Niederlage des Osmanischen Reiches enden könnte. Ja, das ist ein Thema, was, was möglicherweise noch relevant werden könnte. Es gibt ja hier tendenziell Spannung. Wo ist das nochmal? Kann hier irgendwie so eine Spannungsansicht anzeigen? Das ist auch ganz interessant. Hier, Konflikte. Gucken wir uns gleich mal an. Die spanische Grippe war eine Grippe Pandini. Die haben wir schon, ne? Ich glaube, wir brauchen das nicht nochmal vorlesen. Genau, das kennen wir schon. Ähm. Ja, wir bekämpfen die natürlich. Ganz klar. Das kennen wir schon. Kostet uns 3000 aus der Staatskasse. Okay. Und ich denke mal, wir schauen nochmal kurz auf diesen Konfliktkarte. Und hier sieht man quasi die potenziellen Konfliktherde in Europa, die irgendwann relevant werden. Und zwar zeigt dieser Kartenmodus, wenn ich das recht entsinne, an, in welchen Provinzen verschiedene Nationen Kernprovinz-Ansprüche haben. Ähm, genau. Also hier ist das auch der Fall, aber Kaiserreich gibt es ja noch nicht. Deswegen wird das, glaube ich, nicht angezeigt. Das ist etwas, was sich nicht widerspricht. Aber hier zum Beispiel bei uns, durchaus wegen der Polen, die hier eine eigene Nation bilden werden. Also das ist alles noch, was zu in der Zukunft ein Thema werden kann. Bisher leben wir ganz gut als Konservative. Auch. Wir gucken nochmal kurz, wie es aussieht. Oh ja. Es gibt eine Bewegung zur polnisch-litauischen Vereinigung. Kampagne für die Zensur der Presse. Also Zensur der Presse heißt im Prinzip, das ist eine Reform. Wir haben nämlich bisher nur Staatspresse. Wir könnten hier schon wieder was unterdrücken. Und ich denke mal, wir werden diese Presse-Zensur-Kampagne, die werden wir unterdrücken. Das können wir gerade so. Das sind schon relativ viele Leute. Und ansonsten haben wir schon eine polnische Freiheitsbewegung, wo ich schon davon gesprochen habe. Aber die Wahlrechtsbewegung ist auch schon sehr, sehr groß geworden. Gut, liebe Freunde, damit erst einmal Schluss für diese Folge. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwald.